Herzlich willkommen zum 22. Rheinland-Pitch im Mai 2015. Heute Abend werden wir den vier Pitches anschauen, vier Startups aus Rheinland. Wir werden dann die Pitches sieben Minuten pitchen lassen. Rheinland-Pitch im Mai 2015. Der Gewinner des heutigen Abend, Evo Park. Wir brauchen natürlich Finalisten für das Finale. Und zwar können sich bewerben, alle diejenigen, die in diesem Jahr und im letzten Jahr beim Rheinland-Pitch mitgemacht haben. Und zwar auf unserer Homepage ab morgen oder übermorgen spätestens. Rheinland-Pitch.de Einfach bewerben bis zum 10. Juni, 24 Uhr.